Die einen nennen ihn Michael Angelo, die anderen haben ihm den Stempel Kindergarten-Picasso aufgedrückt. Gelb und dann blau und so Schusssachen rot. Von einem Kind geschaffen, aber offenbar von irgendetwas Hochbegabten inspiriert. Michael Ackar mit sechs Jahren der jüngste Neuzugang in der deutschen Kunstszene. Heute hat der Minimeister einen Termin bei einem Großhändler für Künstlerbedarf. Einmal im Monat kommt er mit seiner Familie hierher. Shoppen und Aufträge verteilen. Zwei seiner Bilder werden hier als Edition gedruckt. In einer 40er-Auflage. Kaufpreis 700 Euro. Das sind die letzten von der letzten Serie und das ist das Foto für die neue Serie. Jetzt muss der Auftraggeber nur noch selbst Hand anlegen. Was sagst du Michael? Sollen wir uns ein paar Pinsel aussuchen? Ja. Okay, komm. Was hast du denn für welche? Die hier. Okay, komm, dann gibst du dich. Ich halte sie fest so lange. Und ich will die beiden machen. Ja, super. Wunderbar. Klasse. Einmal drei Pinsel für drei Farben. Die Farben habe ich dir vorbereitet, wie immer. Die stehen hier vorne. Damit jedes Bild ein Unikat wird, ist Kreativität gefragt. Für den Sechsjährigen gar kein Problem. Hausaufgaben machen wird sicher weniger lustig. Eins, zwei. Für seinen Vater ist das Ganze immer noch kaum zu fassen. Also zu seinem vierten Geburtstag hat das alles angefangen. Der hatte davor zu viele Matchbox-Autos und Legos und Action-Figuren. Dann haben wir mal gedacht, komm, jetzt holen wir dem eine Leinwand und Fingerfarben. Und ja, was dann daraus geworden ist. Und das erste Bild, das war dann so fantastisch und sensationell, dass ich das dann auch bei Facebook gepostet habe. Und so ist das dann auch entstanden. Zwei Jahre später ist der Künstler Knirps ein gefragter Mann. Jedes seiner Werke wird verkauft. Entsprechend groß sind auch die Vorbilder. Mikael, wer ist dein Lieblingskünstler? Ich selbst. Und wenn du es nicht bist, wer noch? Leon Leventraut, Skirt und Sechsen-Prolog. Und Michael Sechsen. Sein Stil, abstrakt und farbenfroh. Inspirationen holt es sich aus YouTube-Videos, die Superstars wie Gerhard Richter beim Malen zeigen. Entscheidend ist das richtige Werkzeug. Ich möchte das wieder haben, mit den verschiedenen Größen drin. Für Farben, Leinwände, Spachtel und Pinsel geben Mikaels Eltern jeden Monat um die 500 Euro aus. Von nichts kommt nichts. Der Kleinkünstler weiß ziemlich genau, was er will. Im Zweifel lieber zu viel, als zu wenig. Komm, hier. Mein Freund ist ein Silber und ein Lila. Du hast doch schon, okay. Jetzt hast du alle Farben. Ich dann. Und noch Stifte kann ich nicht mitnehmen. Komm, das reicht jetzt. Du hast Stifte zu Hause genug. Ja. Ja, das ist ein zweiter Job. Also, es ist wirklich sehr anstrengend manchmal. Ich komm nicht nach. Bepackt, aber glücklich geht es nach Hause. Die Familie lebt in einer kleinen Dreizimmerwohnung in Köln. Mikaels Vater arbeitet nur noch Teilzeit, um die künstlerische Laufbahn seines Sohnes besser managen zu können. Wir bestehen da drauf, dass er jetzt nicht irgendwie extra behandelt wird als andere Kinder oder Sonstiges. Absolut nicht. Deswegen, wir freuen uns, dass die Bilder eben halt noch sehr kindlich sind. Auch bei den anderen Bildern, die er gemalt hat, da steckt immer noch ein Teil, wie soll ich sagen, er ist ja ein Kind. Er ist ja ein Kind. Vielleicht ein Wunderkind, aber ganz sicher immer noch ein Kind. Und in seinem Zimmer spielt er lieber mit Lego als mit Leinwänden. Mika, was würdest du denn mal werden, wenn du groß bist? Fußballer. Kein Künstler? Warum kein Künstler? Warum kein Künstler? Zum fünften Geburtstag richtete Kerem Akka seinem Sohn ein Atelier im Keller ein. Seitdem malt er hier bis zu vier neue Bilder im Monat. Fünf Quadratmeter, auf denen Großes entsteht, wenn der kleine Lust hat. Vater Kerem filmt die Schaffensphasen. Als Beweis für Skeptiker, die behaupten, dass die Bilder nicht von Mikael seien. Die Namen seiner Werke entstehen übrigens beim Fernsehen. Ich gucke auf Filme und wenn die Namen mir gefallen, dann sage ich Papa, guck mal, dieser Name hört sich so cool an, für ein Bild. Und dann sagt der Papa irgendwie echt. Das Talent zahlt sich aus. Die Wohnung gleicht einer Galerie. In diesem Raum sind fast alle Bilder verkauft. Brotlos ist Michaels Kunst auf jeden Fall nicht. Ja, das ist sein allererstes Bild, was er gemalt hat. Und hiermit hat er auch alles angefangen. Mit diesem Bild. Ist das wirklich jetzt Zufall, was der Mikael da gemacht hat? Oder ist das Talent? Ja, und als ich das zweite Bild und das dritte Bild und das vierte Bild angefangen habe, habe ich nicht mehr daran gezweifelt. Ich habe den Namen von da aus sofort auch immer unterstützt. Und dieses Bild haben wir jetzt zuletzt verkauft. Ja, das Bild geht nach Hamburg. Ja, für 5300 Euro. Teuerste Bild bisher? Bis jetzt das teuerste Bild, ja. Hamburg, Anfang des Jahres. Mikael bei seiner fünften Vernissage. 13 Bilder hat der kleine Kölner damals hier ausgestellt und alle an den Mann gebracht. Einnahmen, rund 50.000 Euro. Das Publikum, verzückt. Also, wer so komplett malt, das ist von einem Kind geschaffen, aber offenbar von irgendetwas Hochbegabten inspiriert. So sehe ich das. Ich kann ja auch nicht sagen, ja, in Mozarts ersten Werken sei was Kindliches drin gewesen. Also, das ist eben Kunst. So ist es. Und zwar solche, die sich offenbar gut vermarkten lässt. Wie kann man in die Zukunft schauen, wenn wir jetzt hier von einem Wunderkind sprechen. Dann gibt es Wunderkindern, die sind wunderbar großartig und weltberühmt geworden. Und es gibt andere, die kennt man gar nicht. Das kann ich nicht beantworten, die Frage. Ab Sommer besucht Mikael eine Privatschule. Dort soll seine Kreativität weiter gefördert werden. Dagegen war Picasso ein Spätsünder. Danke. Bis zum nächsten Mal.